2016 habe ich mit nur 10.000 Euro meine erste Immobilie in Leipzig gekauft. Aber was würde ich machen, wenn ich jetzt nochmal von vorne starten würde? Genau das erkläre ich dir in diesem Video. Viel Spaß damit! Ja, wenn ich nochmal mit Immobilien von vorne beginnen müsste und nur 10.000 Euro zur Verfügung hätte, so wie damals 2016, dann würde ich insgesamt die folgenden vier Schritte durchgehen. Als allererster und wesentlicher Schritt steht natürlich erstmal das Wissensaufbauen, weil man sollte sich nur mit den Themen beschäftigen, die man wirklich versteht. Also am Anfang würde ich erstmal ein Basisbuch zum Thema Immobilien lesen, zum Beispiel das 1&1 des Immobilienmillionärs von Florian Roski. Link dazu packe ich den mal unter das Video. Und danach alle weiteren Spezialthemen, mir entweder weitere Bücher kaufen oder zum Beispiel auch YouTube-Videos schauen. Es gibt ja mittlerweile viele kostenlose YouTube-Videos online, zum Beispiel von Alex Düsseldorf-Fischer, von Immocation oder auch von mir. Da könnt ihr euch sehr viel Spezialwissen aneignen. Benutzt auch gerne die Suchfunktion in den eigenen Kanälen, um die entsprechenden Videos zu finden. Zum Wissen aufbauen gehört natürlich auch das Vernetzen mit anderen Immobilieninvestoren. Also geht gerne auf die Stammtische, vernetzt euch in Facebook-Gruppen, weil dort könnt ihr viele individuelle Fragen stellen und bekommt Antworten von anderen Immobilieninvestoren. Immobilieninvestoren. Und es motiviert auch unglaublich. Ich kenne nämlich selber viele Immobilieninvestoren, die selber in ihrem Umfeld, Freundeskreis, Familie, niemanden haben, der sich mit Immobilien auskennt und die alles immer nur schlecht reden. Und das kann natürlich sehr, sehr demotivierend sein. Deswegen vernetzt euch mit anderen Investoren. Das motiviert unglaublich, um weiterzumachen und durchzustarten. Und ja, dazu gehört natürlich auch ein gewisses Commitment pro Zeit. Ich würde sagen, durchschnittlich eine Stunde pro Tag solltet ihr euch da mit dem Thema Immobilieninvestoren beschäftigen, um einfach zügig voranzukommen und jeden Tag ein bisschen was dafür zu tun. Ob ihr das morgens macht, ob ihr das abends macht, in der Mittagspause oder wie auch immer, oder vielleicht mal gesammelt an zwei, drei Tagen, ist nicht so wichtig. Aber ihr müsst natürlich am Ball bleiben, Zeit investieren und euch dafür auch die Zeit freischaufeln. Ja, also wenn ihr bisher quasi eine 7-Tage-Woche mit 12-Stunden-Tage auf einem Angestelltenjob habt, dann müsst ihr das vielleicht ein bisschen reduzieren, habe ich damals auch gemacht. Ich bin auf 80 Prozent runtergegangen, um mir damit die Zeit freizuschaufeln für Immobilieninvestments. Weil ihr dürft das nicht als zusätzliche Arbeit dann ansehen, weil das kann sehr drückend sein, sondern wirklich als etwas, was ihr macht, um aus dem Hamsterrad rauszukommen. Und dafür lohnt es sich, die Zeit zu investieren, um dann auch wirklich schnell voranzukommen. Der zweite wichtige Schritt, den ihr machen müsst, ist natürlich eure Bonität verbessern und auch Eigenkapital aufbauen. Weil klar, je mehr Eigenkapital ihr zur Verfügung habt, desto mehr Immobilien könnt ihr kaufen. Und je besser eure Bonität ist, also desto mehr ihr verdient und je weniger ausgibt, desto besser werdet ihr auch von der Bank finanziert. Weil die Bank macht natürlich eine Finanzierung. Was habt ihr an Einnahmen, was habt ihr an Ausgaben? Sie erstellt dort eine Haushaltsrechnung, einen Haushaltsüberschuss. Und je mehr davon übrig bleibt, desto besser und desto mehr wird euch natürlich die Bank finanzieren. Ihr müsst nicht unbedingt einen 100.000 Euro Job haben, aber ihr müsst einfach jeden Monat einen gewissen Überschuss haben und das auch der Bank zeigen können, sodass sie euch dann finanziert. Und ja, bei den Banken ist es so, die lieben natürlich die Angestellten, weil die Angestellten haben ein festes Einkommen, haben einen fixen Lohnzettel, wo immer drinsteht, wie viel sie jeden Monat bekommen. Wenn du also Angestellter bist oder Beamter bist, ist das natürlich super, denn behalte auch erstmal den Job. Also kündige nicht deinen Job und fang dann mit Immobilien an, weil dann machst du dir deine komplette Bonität kaputt, sondern mach das Ganze erstmal nebenbei. Reduziere den Angestelltenjob so, dass er dich nicht zu viel stresst, dass du genug Zeit hast für Immobilien, aber trotzdem er immer noch gut genug da ist, um deine solide Basis für deine Bonität darzustellen. Und natürlich bekommst du auch als Selbstständiger Immobilienkredite, allerdings ist es dann ein bisschen schwieriger, die richtigen Banken zu finden, aber auch das geht. Ja, und wenn du dann deine Bonität verbessern willst, dann gibt es eigentlich nur zwei Wege, entweder das Einkommen nach oben fahren oder die Ausgaben nach unten fahren, also allen unnötigen Kram weg. Ich hatte das Problem damals auch, ich habe mein ganzes Geld, was ich in der Schweiz war nie da ausgegeben, ich bin sehr viel in Urlaub geflogen, ich habe ein teures Leasing-Auto gefahren, das Ganze habe ich dann reduziert und ich habe versucht, den Job zu wechseln, um damit mehr Geld zu verdienen, um dann meine Bonität zu erhöhen und dann attraktiver für die Banken zu sein und natürlich auch, um mehr Geld sparen zu können, was ich dann in die Immobilien investieren kann. Als dritter Schritt in der Liste kommt natürlich dann die Rahmenbedingungen, setzen anhand deiner Bonität für deine erste Immobilie. Wenn du jetzt 10.000 Euro Eigenkapital hast, dann würde ich sagen, wir kaufen damit erstmal eine kleine Wohnung für 100.000 Euro, die Kaufnebenkosten in Höhe von 10% kannst du selber bezahlen und für das andere bekommst du eine 100% Finanzierung von der Bank, was eigentlich kein Problem sein sollte, wenn du eine gute Bonität hast. Außerdem solltest du nach Immobilien Ausschau halten, die mindestens eine Mietrendite von 5% haben, weil ab dieser Rendite werden die Immobilien Cashflow positiv. Du solltest nichts kaufen, was Cashflow negativ ist, weil erstens ist das deine Verbindlichkeit und zieht dir Geld aus der Tasche und zweitens verschlechtert das deine Bonität bei der Bank. Du solltest dich umschauen in B- und in C-Lagen. Natürlich ist es in B-Lagen schon ein bisschen schwieriger geworden, 5% zu finden, aber auch das schafft man. Ich habe dieses Jahr auch 7% an Leipzig gekauft. Das geht also, wenn man gut Ausstau hält. Und wenn du in C-Lagen gehst, dann solltest du schon ab 7% schauen, weil es dort einfach ein höheres Risiko geht. In A-Lagen würde ich nicht unbedingt gehen, weil es dort einfach schon viel, viel zu teuer ist und du dort nichts finden würdest und du dich dort wirklich dumm und dämlich suchst. Und in die Pampa, in D-Lagen würde ich auch nicht gehen, weil es dort viel zu risikoreich ist. Außerdem ist es gut, wenn du eine Wohnung findest, die eventuell schon vermietet ist. Das macht das Ganze einfacher für die Bank. Dann hat die direkt eine ordentliche Miete, mit der sie rechnen kann und muss keine kalkulatorische Miete ansetzen, wo sie viele Sicherheitsabschläge macht. Und du solltest auch eine Immobilie nehmen, die am Anfang keinen Reparaturstau hat. Natürlich kann man auch Immobilien reparieren und sanieren. Das habe ich selber auch gemacht. Allerdings ist das schon teilweise sehr aufwendig. Du brauchst oft zusätzliches Geld, weil du noch keinen Track-Record bei der Bank hast. Du hast ein zues Risiko. Und das brauchen wir am Anfang nicht. Wir versuchen es wirklich möglichst einfach zu halten. Als vierter Schritt kommt natürlich dann das Immobilien suchen und zwar mit einer klaren Struktur, um ordentlich voranzukommen und um die Zeit wirklich effektiv zu nutzen. Als allererstes solltest du Suchtools wie zum Beispiel Immometrika benutzen. Link in der Beschreibung. Weil die erstens dir unglaublich viel automatisieren und Zeit abnehmen und weil du dadurch sehr gute Schnäppchen machen kannst. Dann solltest du natürlich auch sehr viel in der Praxis üben. Also wirklich viele Immobilien suchen, viel kalkulieren, viele Immobilien besichtigen, weil du brauchst einfach wirklich dieses Praxiswissen, um später schnelle Entscheidungen treffen zu können. Stell dir das vor wie bei einem Sprinter, wenn du quasi zur Olympia fährst und dann direkt einen Sprint starten willst gegen einen Profisprinter, dann wird der immer gewinnen, weil dir die Erfahrung fehlt. Und das Gleiche ist bei einer Immobilie. Wenn du jetzt quasi ohne praktische Übungen eine Immobilie kaufen willst und es kommt eine sehr gute Immobilie auf den Markt, dann gibt es viele Profis, die einfach viel, viel schneller sind, weil sie das Ganze schon in der Praxis geübt haben. Die wissen genau, welche Reihenfolge, welche Prozesse sie machen müssen. Die haben ihre Bonität schon am Start. Die wissen genau, auf was sie bei einer Besichtigung achten müssen. Und die sind dann immer schneller und werden dir die Immobilie vor der Nase wegschnappen. Deswegen ist es wichtig, viel zu üben in dem Bereich, auch wenn man nicht gleich eine Immobilie kauft, auch wenn man nicht gleich nach einer Woche dann beim Notar sitzt. Aber wirklich üben, die ganzen Sachen durchgehen, um fit in der ganzen Materie zu werden und dann schnell Entscheidungen treffen zu können. Und um wirklich klare Entscheidungen treffen zu können, Zusagen zu machen, musst du auch den ganzen Prozess kennen. Also du musst genau wissen, was du in welcher Reihenfolge machst. Wann suche ich die Immobilien? Wie bewerte ich die Immobilien? An welchen Kriterien? Welche Dokumente muss ich vom Verkäufer anfordern? Wie rede ich? Wann mit der Bank? Wann mache ich die Besichtigung? Du musst wirklich einen klaren Prozess haben, dass wenn du eine Immobilie findest, sagen kannst, okay, jetzt mache ich das, 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 das in der Reihenfolge, um schnell voranzukommen und damit auch wirklich einen Vorsprung zu haben gegenüber der Konkurrenz. Und natürlich, dieser ganze Immobilienkaufprozess, der ist am Anfang nicht ganz einfach. Und wenn du jetzt Hilfe bei diesem Prozess brauchst, dann schau dir mal folgendes Video an, was ich dir hier verlinke, weil dort erkläre ich dir wirklich in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, was du machen musst, um deine erste Immobilie zu kaufen, wie du gut üben kannst, um am Ende wirklich schnell zu sein und dir niemand mehr die Immobilie vor der Nase wegschnappt. Und dann schau dir die Immobilie vor der Nase wegschnappt.